Jetzt haben wir schon so einiges an Werkzeugen kennengelernt, was wir einsetzen können. Jetzt hast du vielleicht schon eine KI auf deinem Rechner trainiert, aber wie geht es denn jetzt weiter? Auf deinem Computer bringt die KI nichts. Wir wollen sie raus in die Welt tragen, übers Internet erreichbar machen oder auch anders ausgedrückt, wir wollen sie in Production bringen. Studien aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass 80% aller trainierten Modelle es niemals so weit schaffen, also in Production. Und das ist doch sehr schade, da die Schritte zum Deployment gar nicht so kompliziert sind. Das Schlüsselwort ist hier MLOps. MLOps steht für Machine Learning Operations. Das ist einfach ein schlaues Wort für die Betriebnahme oder das Deployment eines Modells und alles so drum herum. Der Begriff lehnt sich an das bekannte Prinzip DevOps an. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Hier wird das Entwickeln, also das Development oder Dev und das Operationalisieren bzw. Ausrollen des Codes, Operations oder Ops, zusammengeführt. Das wird technisch durch Pipelines umgesetzt, wo der geschriebene Code reingeschoben wird. Es wird dann getestet, es wird verpackt und am Ende wird dann alles ausgerollt. Und dieses Prinzip, das wollen wir nun auf das Entwickeln von Modellen anwenden. MLOps ist also weniger eine einzelne Technologie als mehr eine Sammlung von verschiedenen Strategien, wie DevOps eben. Das klingt jetzt alles so wunderbar auf dem Papier, aber lass mich dir mal ein Negativbeispiel zeigen, warum es sich wirklich lohnt, da genauer hinzuschauen. Also stell dir mal Folgendes vor. Sagen wir mal, du arbeitest in einem Data Science Team, du hast jetzt eine tolle KI trainiert und jetzt ruft dein Kollege an und sagt ganz fröhlich, hey, ich habe neue Daten, wir können die KI sogar noch besser trainieren. Und da freust du dich und jetzt checkst du erst mal, oh Mist, die Daten, die sind ja in einem anderen Format. Na ja, gut, egal. Du lädst die Daten also runter, du führst ein Skript aus, um die Daten in ein dir bekanntes Format zu bringen, sodass die KI das auch versteht. So, jetzt führst du auch deine Trainingsskripte wieder aus und dann merkst du, oh weh, die Resultate sind irgendwie komisch. A, du siehst in den Daten sind viele Ausreißer vorhanden. Das heißt, du musst die Daten erst mal so ein bisschen sauberer machen. Kein Problem. Du schreibst also noch ein Skript, ein Cleaning-Skript und dann lässt du das sozusagen über die Daten noch mal drüber laufen. Dann nimmst du deine Daten noch mal, gehst zum letzten Schritt und fütterst die Daten noch mal in das Trainingsskript rein. Das Modell ist fertig trainiert. Jetzt musst du natürlich daran denken, das Modell musst du abspeichern und jetzt musst du auch noch dran denken, lad, wenn du das Modell noch mal hochlädst, lad ja das richtige Modell hoch. Vielleicht hast du mehr auf deinem Computer, da musst du genau darauf achten, das richtige hochzuladen und so weiter und so fort. Und du siehst, in so einem Prozess sind super viele manuelle Schritte vorhanden und wir wissen alle, manuelle Schritte können zu Fehlern führen und das können wir doch besser. Du siehst an diesem Beispiel so einige Probleme und wir hätten jetzt gerne, dass das alles, all diese Schritte, die ich genannt habe, dass das jetzt alles automatisch passiert. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das geht.